Hallöchen und herzlich willkommen zu unserem kleinen Limbo Let's Play. Heute auch wieder wie in den Minecraft Folgen in einer kleinen Nachtsession, aber das soll uns ja jetzt nicht stören. In der letzten Aufnahme sind wir ja hier an der Stelle gescheitert und da machen wir mal weiter. Ich weiß auch gar nicht mehr wie das hier jetzt war, wie ich hier durchkomme. Also auf alle Fälle ist der Knopf hier für den linken und der Knopf hier für den rechten Kasten da oben. Sobald wir einen aktivieren, kommt uns diese Klinge da entgegen. Probieren wir es jetzt einfach nochmal aus. Aktivieren wir den hier. Dann holen wir uns mal den da noch runter. Ja okay, das war schon mal gekonnt, gefailt. Ach, ich glaube ich müsste die übereinander stapeln. Sonst ist es ja viel zu hoch. Okay. Ähm, bäm, 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 bäm. Wir machen es so. Aktivieren den da. Holen uns die Kiste hier ran. Ja, super. Und noch mal. Ja, lalalalalala. Wie war denn das, ey? Ich weiß es nicht mehr. So. So. So, bingo. Haben wir das geschafft. Nächste Hürde. Und weiter geht's. Wo kommen wir denn jetzt hin? Huch, was war denn das? Geht's hier irgendwie. Ne, ich geh mal lieber nach oben rum. Ist mir zu dunkel da unten. Ja lalalalalala. So. Schau mal doch mal. Ja. Was haben wir denn hier? Köh. Schleichen wir uns mal an das Vieh ran. Und. Auf, komm. Ich geh weiter. Da hast du mich gehen lassen. Dankeschön. So. Lendet schon ganz schön die Stelle da. Was haben wir denn hier? Hm, 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 hm. Mal schauen. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, mittlerweile habe ich schon so ziemlich null Ahnung mehr, was hier noch alles kommt, wie weit wir sind und so weiter. Ich hoffe, ich kriege das alles hier noch so einigermaßen gebacken. Wie war denn das? Gehen wir mal oben schauen, was wir da oben machen können. Weil ich meine, da war irgendwas gewesen. Mit irgendeinem Teil, was wir uns... Ach, genau. Okay. Holen wir uns das Ding hier mal. Ziehen wir uns hier ran. Klettern wir über das Teil hier. Aktivieren das hier. Holen uns den Wagen... ...ran. Und ich habe jetzt schon gefailt. Das weiß ich jetzt schon. Auf, komm, lass mal fallen. Machen wir es gleich nochmal neu. Und zwar... ...müssen wir hier ganz schnell drüber und von der anderen Seite dann... Na, aktiviere schon. An der Stelle habe ich auch sehr lange gehungen gehabt. So. Müssen wir den Reifen da drauf rollen lassen und jetzt... Mach langsamer Reifen. So. Und hier weiterschieben. Dann kuller der uns da runter. Und unten können wir damit dann weiterarbeiten. Und zwar... Auf die andere Seite muss ich. So. Weiter runter. Klettern wir hier wieder hoch und da sieht man den Reifen auch schon. Und wenn wir hier... ...geht das Ding hier auf. Und wir müssen an die Kiste rankommen. Also... ...bringen wir den Reifen dazu, hier hoch und runter zu rollen. So. Und beim nächsten Mal ziehen wir uns die Kiste da raus. Na, wo bleibt er? Okay. So, funktioniert es jetzt nicht. Ja, ist ja in Ordnung. Zum Glück kann die Kiste nicht zerbrechen. Und dann holen wir uns die Kiste mal ran und mal schauen, was wir damit machen müssen. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Zumindest noch nicht. Hm. Okay. Ach genau, jetzt sind wir hier an der Stelle. Hier gibt es übrigens auch ein Easter Egg oder so ein komisches Ei da zu finden. Und zwar müsst ihr dafür, ohne das Ding hier zu betätigen, hier rüberkommen. Dann könnt ihr euch hier drüben, ähm, da unten, ja, ich werde wieder zurückkommen, denke ich. Zack, da war das Ei. Könnt ihr euch das da dann abholen. Da kriegt ihr auch eine Errungenschaft dafür. Nur weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob ich dafür beide Kisten gebraucht hatte, jetzt für den Auftrag. Ich schuhe mir einfach mal die, uh, die eine Kiste hier runter. Ich hoffe, dass ich die hier so runter bekomme. Auf, schieb. Oder zieh. Nee, krieg ich nicht. Hab ich die gebraucht? Na, nicht da hoch. Ja, die Kisten habe ich gebraucht. Okay, dann müssen wir doch zurück, um dann das Ding da zu aktivieren und beide Kisten hier rüber zu bekommen. So, die eine haben wir da ja schon. Die eine holen wir uns gleich. So. Aktivieren wir erstmal das Teil hier. Fängt das Rad an, sich zu drehen. Und ich nehme die Kiste mit. Mich bitte auch. Aufkommen. So. Dann geht das hier gleich rund und dann müssen wir die eine Kiste auf das Ding legen und die zweite haben wir, glaube ich, gebraucht, um dann da im Endeffekt hochspringen zu können. So. Ziehen wir die eine Kiste hier mal rüber. So. Und die zweite brauchen wir jetzt, um das Ding hochzufahren. Holen wir uns die auch noch. und dann hepp und hepp und hoch mit uns. So. Was haben wir denn hier? Okay. Bringen wir das Ding doch mal ein bisschen zum Schlenkern. Umso länger haben wir Zeit, dann im Prinzip da dran zu kommen. So. Und. So. 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 So.